Na, kommt der oder nicht? Ich brauche doch was zum hochbauen. Na, kommt der oder nicht? Ich sehe von hier aus noch keine Festung, glaube ich. Da hinten habe ich den Gast gesehen. Also, Glücksspitzhacker. Bringst du doch was? So, jetzt geht's. Ah. Na gut. Ist das schon hier irgendwo? Nein, hier ist er nicht. Das war's für mich. Ah. Boah. Meine Güte. Okay. Der hat die zweite Tür nicht zugemacht, oder? Klar. Also gefühlt habe ich glaube ich nicht so viel rausbekommen. Wenn ich die schon zu Glocken mache, dann spare ich ein bisschen Platz. Kommt der oder nicht? Sein Gesicht ist an seinem Hinterkopf. Was meint der? Ja. Minus 456. Okay. 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 Minus 44, 73, 68. Gefährlich. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Alles klar. Alles weg hier. Okay. Mal sehen, ob wir Festung finden. Das ist noch keiner, oder? Nein, das ist glaube ich nur Soul Center da hinten. Soul Center da hinten. Oh, da fällt man runter. Also immer gut aufpassen hier. Hier kann es gefährlich werden. Ich mache das erst mal so. Damit ich ein bisschen mehr sehe. So, eine nette Festung wäre natürlich schon geil, dass wir ein bisschen schon was rausbekommen. Ich mache vielleicht mal den Gaming-Mode bei meinem Bildschirm an, damit ich noch ein bisschen mehr sehe. Damit ich direkt nach einer Netherfestung spähen kann. schon haben wir uns aus den Augen verloren. und keine Ahnung, wo der Gyrol inne ist. Oh. Gefährlich, gefährlich. Da war ein Magma-Scibe. Ich hätte mir noch mehr Spitzhacken mitnehmen sollen. Okay. Dann brauche ich auch nicht mit einer Spitzhack abbauen. Glaube ich. Das kann ich auch einfach mit der Hand abbauen. Weil es wirklich gelohnt hat, dass ich das nicht mit der Glücksspitzhack also ich habe nicht viel erkannt. Ich hab was erreicht? Sekunde wo? Hä? Vielleicht unter mir? Nur mal so als Test. Weil hier wo ich hingelaufen bin, kann dann auf einmal das Achievement. Keine Ahnung warum ich das bekam. Ich sehe nichts. Aber nicht über mir. Also doch hier unter mir. Oh. Tatsache. 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 Stimmt, der Stein ist ja an sich eigentlich auch ziemlich geil. Okay. Okay. Schön auf Wölfer achten jetzt hier. Da hinten ist schon einer. Ich frage jetzt noch, wo kam der her, wo ist der Spawner? Ich frage jetzt. Ich frage jetzt. Ich frage jetzt. Na gut, dann gehen wir mal hier weiter. Ich frage jetzt. 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 Ich frage jetzt.